Hardware-Schock bei der PC-Version von Assassin's Creed Unity, Job-Schock bei NCSoft und Schocker-Fortsetzung Outlast 2 kommt. Servus Knackenten, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Bevor wir in die News des Tages einsteigen, nochmal eine Nachreichung von gestern. Da hatte ich euch ja von den Gerüchten über Grand Theft Auto San Andreas erzählt. Die haben sich jetzt als wahr herausgestellt gegenüber der Webseite. Der IGN hat nämlich Rockstar bestätigt, ja, San Andreas kommt nochmal für Xbox 360 raus in einer überarbeiteten Form auf 720p-Auflösung, erhöhte Sichtweite und mit Achievements. Diese Version wird dann die Xbox Originals-Version ab dem 26. Oktober ersetzen. Wer diese Originals-Version gekauft hat, kann die aber nach wie vor noch weiter runterladen und spielen. Nur andere Leute, die sie jetzt noch haben wollen, kriegen die eben nicht mehr. Safe Games sind übrigens nicht kompatibel, das heißt, ihr müsstet dann alles in der überarbeiteten Fassung nochmal herspielen. Ich habe übrigens auch kein Wort zu einer möglichen PSN-Version. Der Publisher Ubisoft hat die Systemvoraussetzungen für Assassin's Creed Unity herausgegeben und die lauten wie folgt. Das stimmt, das kann nicht stimmen, das ist hier Quatsch, oder? Kann ich mal die echten Anforderungen bitte haben? Das sind die... Das ist doch blöd, dann lese ich die jetzt so vor. Wenn man Assassin's Creed Unity auf dem PC spielen will, braucht man mindestens einen Intel Core i5 mit 3,3 GHz, 6 GB RAM, eine GeForce GTX 680 und 50 GB auf der Festplatte. Und wenn man das richtig spielen will, dann sollte es schon ein Intel Core i7 mit 3,4 GHz, 8 GB RAM oder eine GTX 780 sein. Diese hohen Anforderungen bringen jetzt natürlich Spieler auf die Barrikaden. Dabei verstehen sie nur nicht, dass das ja der Plan von Ubisoft war, das Revolutionssetting vom Spiel auch auf die Straße zu bringen. Nämlich, dass das Volk aufbegehrt gegen die Hardware-Bonsen. Wir haben dazu auch eine Stellungnahme von Marie Antoinette bekommen, die heißt, wenn sie keine 680 haben, sollen sie doch auf zwei Titans spielen. Man sollte das Ganze jetzt aber vielleicht auch nicht überinterpretieren. Bei Watch Dogs war es damals auch so, dass für die PC-Version sehr hohe Hardware-Anforderungen rausgegeben worden sind, die man dann danach nochmal runterkorrigiert hat. Gut möglich also, dass das bei Assassin's Creed Unity auch so sein wird. Ich höre aber gerade, dass diese Information einen mobwütender Spieler, die gerade die Ubisoft-Zentrale stürmen, zu spät erreicht. Beim Publisher in C-Soft kreist nicht die Revolutionsguillotine, sondern der Kündigungshammer. Da soll nämlich über alle westlichen Teams ein großer Stellenabbau passieren. Das erklärt der Publisher in einer Stellungnahme gegenüber der Website Game Informer. Es soll hauptsächlich das Studio Carbine Studios betreffen, die zuletzt Wildstar gemacht haben. Da sollen ganze 60 Stellen abgebaut werden. Vollkommen unberührt von der ganzen Kündigungswelle ist aber ArenaNet, die Entwickler von Guild Wars. Red Barrels arbeitet an Outlast 2. Das hat der Entwickler im Interview mit der Website Bloody Disgusting bestätigt. Die haben gerade noch die Xbox One-Version fertig gemacht und sind jetzt dabei, schon am zweiten Teil zu arbeiten. Was genau das sein wird, weiß man noch nicht. Es wird auf jeden Fall Survival Horror sein. Das soll einen ganz neuen Hauptcharakter und ein neues Setting haben. Viel mehr wollen die Macher aber noch nicht verraten, weil das ja Teil des Horrors ist, nicht zu wissen, worum es eigentlich geht. Man weiß auch gar nicht, wann das rauskommt und für welche Plattformen. Ich würde aber nicht vor 2015 damit rechnen. Stay there and cook! Das war's für diese Woche mit den News. Wenn ihr die Woche nicht aufgepasst habt, könnt ihr heute noch mal auf Hi5 vorbeischauen. Da macht meine Kollegin Maxi nämlich die Game News und die fasst euch dann die News-Highlights der Woche noch mal kompakt zusammen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, weiterspielen!